Knisterknaster-Crackling-Bälle von Pyroart, kleine schwarze Bälle, ähnlich den Powerballs oder Blitzknatterbällen, jedoch noch mit richtigen Crackling-Kugeln. Die Farbe schwarz lässt ein bisschen an Jaya-Dinosaurer erinnern, die sehen ja auch so ähnlich aus. Oh, werden wir einfach mal testen gehen. Oh, 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 oh. Eine Luft? Nee, nicht. Bitte Erde. Ich weiß nicht, wenn ich schreie eh. Die blitzen extrem hell, extrem laut. Ja, wie frühere Powerballs ETC. Ja. 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 Ja.